was so krass so hier ist der stefan ich habe mir jetzt mal nebenbei habe ich mir redet redemption nummer zwei installiert und das habe ich jetzt bock mit euch zu zocken und ich hoffe ihr seid mit dabei der kann nicht wir spielen parallel gemeinsam borderlands spiel wo ich mit persönlicher schon begeistert bin aber ich dachte irgendwann würde auch was gebordet werden also tony hawk etc aber da war nichts da und jetzt bin ich hier am start und freue mich krass über rockstar games red dead redemption nummer eins habe ich schon fast durch gehabt ja am ende habe ich nur noch trophies gesammelt wollte halt mal alle tiere gekillt haben und ich fand es mega geil vor allem open world und so weiter und jetzt red dead redemption nummer zwei zum ersten auf der ps3 gab es ja auch die die zombie edition die fand ich auch extrem cool und macht halt theoretisch macht halt spaß aber am größten wäre es aber das auch noch zu zweit spielen könnte wo es voll realistisch ich sehe lichter es wie so ein film gemacht oder das sind nämlich schon ein bisschen an an django ist schon django angeht aber halt im schnee ja laber halt ok laber ok 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 korrekt korrekt voll spannend wollen wir uns jetzt den film anschauen ok wer hat die kamera gemacht wer waren die schauspieler wer die sprecher könnt ihr alle englisch ja ok er ist so gut gemacht oder er weiß der kameramann der da war der muss halt echt voll kalte finger gehabt haben oder ich war wie macht man das wie macht man das wenn es so kalt ist ja dass du doch einigermaßen korrekt irgendwie schärfen machen kannst und und du hast das und auch was im schnee dass die kamera nicht beschlägt obwohl krass hier ist ja alles digital gemacht habe ich vergessen sorry bin ich hier nicht rein gerämpelt oder was macht man die laternen aus leute ok was ist dort krasse hütten gaudi möchte jemand vielleicht ein germknödel ja oder vielleicht ein bisschen glühwein ich nehme das schnitzel ich nehme auf jeden fall das schnitzel und mit mit den pilzen und was also gibt feuerzangenbohle jetzt geht irgendwas ich sehe ein herz mit gesundheit theoretisch haben wir jetzt dann wahrscheinlich ich okay ich muss mein pferd anbinden oder ja krass da kommen wir jetzt dazu zur party ist ganz schön viel schnee hey früher ja früher ne warte ich hab ich neben dem schuh Arthur you take that old shed on the left and stay low I said the cattle shed Arthur was soll ich machen hey what are you doing I said get out of sight Arthur versteck dich du penner hey what are you doing get inside the shed the shed Arthur take cover in that shed over there welcher denn der da oder es ist der shed ja was laberst du halt man hey es ist der den er meint was ist denn der shed dick da das ist kein shed ah das mit dem x das ist der shed oder ja ok ok ich gehe ja schon hey da wo das licht ist oder ich bin nicht prall oder und stell mich ins licht dann sieht mich doch jeder bin ich hier jetzt richtig ja also gut ja alles klar so bin ich richtig ja mal kurz ausspitzen mein Freund und ich hey Bruder chill mach keinen Stress jetzt was ist ne Leiche in dem Wagen oder was hä ja ok krass ja ok krass hey jetzt bin ich gehe ich mal hier auf die Pistole oder wo ich schieße jetzt einfach mal oder einfach mal so ohne Vorwarnung ja da ist einer hinter mir oder wo ist shit ok cool ja habe ich schon gemerkt ja also ab dem Checkpunkt nochmal von vorne habt ihr mitbekommen voll gelost ja ah da muss man das x gedrückt halten ok cool alles klar check schon ab dem Checkpoint jetzt quasi nochmal ok hier haben wir schon gehört ja alles krass ja wie komme ich jetzt nochmal in die Weapons rein ja ok krass ok jetzt ok krass ok jetzt links oder links ist auch einer verstehe ich schon ok alles klar ja ok ok ja ja hab schon verstanden Bruder hab schon verstanden ja ja hab schon verstanden Bruder hab schon verstanden irgendwo ist einer irgendwo ist einer da irgendwo ist einer da ok irgendeiner hört ab oder oder andere Richtung wo ist der jetzt hin wo ist der hin hey nicht dass ich auch nicht ok der ist abgehauen was ist jetzt hier los alter lass uns ins Haus rein gehen shit Bruder ist einer abgehauen scheißegal oder dann hätte ich auch sonst hier bestellen ok ok krass wir nehmen einfach mal alles mit ja oh krass was gibts denn hier so ok ja warum kann ich jetzt nichts mitnehmen hier ok zeig mal das Foto da ok ok was kann man jetzt so mitnehmen hier wertvolle Sachen ich mein ich brauch doch ein paar Dinge ja ich mein Suppe zum Beispiel ja ja da ist doch was da ist doch ein Topf oder ok wo nehmen wir das Lebensmittel mit ok da ist das Regal korrekt ja Dose Obst Obst Kekse korrekt was gibt es noch ja ich esse auch gleich was ok wie esse ich jetzt was hier so essen korrekt hey direkt aus der Dose korrekt Bruder Sweet Corn das ist quasi Mais oder irgendwas liegt doch bestimmt noch da oder irgendwas liegt doch bestimmt noch da oder irgendwas liegt doch bestimmt noch da oder Blut Digga bin ich so schlecht oder was hey medicine chest geil 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 wo ist medicine chest yeah machen wir gleich mal auf yes alles alles ja braucht keiner mehr oder ich mein kann ich nur bisschen was auf die Leichen drauf reiben oder sonst noch was das war's oder Schrank wieder zu es gibt's hier nix ja nichts es will irgendwas liegen lassen wäre voll schade oder wäre voll schade oder da ist nix mehr schrank wieder zu bringen alles in Ordnung ja Stefan voll der Spießer ja vielleicht ist hier drüben noch was am Schreibtisch haben die Deppen das alle liegen gelassen oder hey bin ich der einzige der hier den Laden doch sucht oder ich glaub's ja nicht eine Schande aber irgendwo wäre noch ein bisschen Munition auch nicht schlecht oder Munition Waffen Zeug okay okay das Foto hab ich euch mal schon angeschaut langweil halt jetzt auch noch ein Foto nee das ist ein Gemälde okay ich glaub mehr ist hier nicht oder ist da noch ein Schrank nee hey Schrank wäre noch krasser oder ja ich komm ja schon ich stresst mich halt nicht okay wo seid ihr ah langsam checke ich das hier korrekt 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 ne hey Arthur bin ich oder wieso bin ich eigentlich da unten welchen Barn hey das ist der Barn ne da ah das ist der Barn okay check schon hey okay warum geh ich so geduckt diga da ist jemand drin wahrscheinlich ist da ein Kind was sich versteckt oder und ich schieße es dann aus Reflex ja schon ja okay okay was auch small kannst haben okay dich 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 hey weiss hey krass hey gib ihm heute nen Kick gib ihm heute nen Kick gib ihm heute nen Kick ich glaub ich hab gleich noch mal rein ich glaub ich hab gleich noch mal rein alles klar bruder ich denke mal ich bringe das einfach um hilft ja nichts weil wisst ihr warum wir sind so typen die kommen am ende wieder das sind am ende voll die böse wichtig und so braucht kein mensch ja okay warte wo ist meine waffe gut auch vergessen oder so und jetzt das pferd easy horse easy hey easy alles cool als pferdchen komitär kommt fertig ich bin ich bin dich jetzt an ja so klasse ich habe mich um ihn gekümmert mein pferd bruder mein pferd würde so finde ich jetzt an was geht jetzt ab hey wir waren doch da schon drin da war doch kein mensch mehr alter okay krass das war jetzt teil 1 von dem von dem red dead redemption let's play und ich würde mal empfehlen ja ihr abonniert das teil ja dass unser abo da lasst uns like da daumen hoch und so weiter und wir sehen uns dann gleich drüben auf teil 2 ich habe natürlich weiter gekämmt sch 981 sch 9 Also so 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 Vielen Dank.